Als Tourist dürft ihr es nicht, oder? Ich denke nicht. Oh, ja genau. Werden Sie selbst in das Aussicht schon was sagen. Weil ich verstehe, verstehe jeden Tag. Ich habe einen wirklichen Ersatz gefunden. Ich habe einen wirklichen Ersatz gefunden. Die Hamburger Flugpolizei haben mir mein teures, schönes Edelstahlfeuerzeug mitgewendet. Aus Sicherheitsgründen. Ich habe ein herger Geschenk gestanden. Von der Wiener Städte. Ein Plastikfeuerzeug, das sie hier im Röntgengerät nicht sehen. Nein, ich habe einen komplett Edelstahlfeuerzeug gekauft. Mit einer Jetflamme. Aber das ist sogar besser. Das ist aus Plastik. Und das geht in meinem Mannsgebäck jetzt nicht mit. Wenn ich eine Freizeit habe. Weil nochmal los mein Koffer und den Haustlöcher nicht aufschneiden. Schön streichen. Wirklich. 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 Schöne fette Gaber! Gedenfalls habe ich geschenkt bekommen, sonst hätte ich es jetzt so ge. Dadurch, dass ich das Geschäft bekomme, habe ich damit auseinandergesetzt. Also ich habe überlegt, bevor man es gekauft hat, aber die haben es noch so in einem Wasser gemacht, um dabei zu sein. Also ich bereue es nicht. Ich denke, warum habe ich es nicht früher schon genommen? Man ersetzt nicht die Haptik eines Buches. Gar keine Frage. Aber es ist eine gute Lösung. Und du sagst, ich lese gern und ich will aber nicht viel überdurchstecken. Wenn du probierst, du hast 3000 Bücher drauf. Ja. Und du kannst die Bücher einfach runterladen, wo man verkauft hat. Die Bücher, die du runtergeladen hast, die bleiben ja auch drin. Also ohne Hintergrund, also wie die Technik, es funktioniert nicht, es strengt nicht die Haptik. Ja, strengt überhaupt nicht. Ja, ich bin auch sehr gut. Es ist der einzige Nachteil, dass man ab und zu drüben macht. Wenn diese Grafik dabei ist, wenn sie die Haptik singt, er ist keine Nachricht. Dass ich nicht aber noch kommen darf. Das ist so ganz sicher. Sicher. Das ist sehr... Seit dem Urlaub, wo du was vorst, wenn du fährst, wenn du kurz besorgst, du möchtest, du möchtest was lesen. Ja. Da hast du auch die Bücher drauf. Da hast du meistens eben hier drauf. Jetzt sagst du, okay, was ich heute habe Lust, jetzt bitte noch mal zu lesen. Ja. Ich finde es zufrieden. Ich finde es zufrieden. Ah, toll, ich finde es zufrieden. Ich habe es zufrieden. Wann wirst du fangen? Ich fahre jetzt zufrieden. Ich habe jetzt raus. Das denke ich wahrscheinlich noch dran. Wir zahlen draussen, oder? Da hast du schon schnell. Vielleicht zu Gott raus. Da hast du Zeit drauf. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.